Badabum, badabang ihr Barbaren und Barbaren da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich hatte ja vor gefühlt Monaten angekündigt, dass ich eine Reise durch Südostasien machen werde und ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass manche von euch da ihre Zweifel haben mittlerweile, ob das nur ein Scherz war, aber nein, natürlich wird das alles passieren und zwar ziemlich bald und deswegen mache ich dieses Video, damit ihr jetzt die Chance habt, eure Fragen zu stellen bezüglich der Reise, bezüglich allem anderen, was euch gerade so interessiert, einfach in die Kommentare schreiben oder auf den Twitter-Hashtag einfachleben oder Facebook und so weiter und so fort. Und bevor ich vergesse, Leute, gibt es noch eine Sache, nämlich brauche ich für die Reise ein Twitter-Hashtag und ihr habt jetzt die Möglichkeit, mir dabei zu helfen, einen zu finden. Des Weiteren habe ich jetzt einen Instagram-Account, den Link werde ich jetzt hier irgendwo einblenden, da mache ich so ziemlich coole Sachen wie das und das und das, ja. Da könnt ihr mir gerne folgen, denn ich habe gesehen, dass meine ganzen YouTube-Kollegen Instagram haben und alle haben so 200, 300 Follower mindestens und ich habe so 40 und ich finde, das ist schon ein bisschen unfair, also hoffe ich auf eure Unterstützung. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr eure Video-Ideen für diesen Kanal in die Kommentare schreibt. Wie ihr wisst, will ich so viel wie möglich vortreten und wenn ich auf der Reise bin, mache ich auch wöchentlich Vlogs, wenn es klappt. Trotzdem will ich ein paar Videos normal hier machen und dafür brauche ich eure Ideen. Ein paar Sachen sind schon vorgedreht, aber es sind noch nicht genug und deswegen, wenn euch irgendwas Cooles einfällt, wenn ihr, keine Ahnung, das Monster-Mythen über diese Kreatur haben wollt, die ich noch nicht behandelt habe oder irgendwie sowas, dann schreibt es in die Kommentare. Und außerdem will ich natürlich noch einen Kommentare-Stream machen und dafür brauche ich ebenfalls Kommentare. Also ich glaube, ihr versteht, was der rote Fahne des Videos ist. Ihr müsst ganz, ganz viele Kommentare schreiben und dann sind wir alle glücklich. Also Leute, wer will ich dazu nicht sagen? Ihr schreibt eure Fragen und eure Kommentare und eure Vorschläge hoffentlich unten rein und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und sorry, dass ich so schnell rede, ich habe Zeitdruck. Schau Leute. Bye.